Na, im Donner. Hi, Ryan. Sind die Jungs hier? Sitzen da hinten. Ich wollte dir noch was sagen. Dann komm, setzen wir uns. Nicht verletzen, weißt du. Ach, ich bitte dich. Ich hätte... Aber ich mein, wenn nicht... Berechenbar. Das ist ja noch schlimmer. Oh, berechenbar und verlässlich. Ich möchte nicht, dass du mich für gehässig hältst. Aber ich bitte dich, nicht... Kann ich dir was zu trinken anbieten? Ja. Ich nehm gern ein Dringer. Ja, ich weiß schon. Ne Margarita, geschüttelt ohne Salz. Oder doch mal was anderes? Nein, nein, danke. Da weiß ich, woran ich bin. Schön langweilig, ne? Sagen wir, berechenbar. Na, ihr? Warum? Da woanders hin. Spekulation. Na, weiter so, Iran. Na, weiter so, Iran. Na, vier. Dankeschön. Untertitelung des ZDF, 2020